Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Ja, hallo Fufu. Ja, hallo. Na du? Ja, wir wollten in der Folge Sand holen, auf jeden Fall. Ähm, nein. Ja. Ähm, dann nehmen wir mal die mit. Das kann man wieder weglagern. Normalerweise hätte ich mir eigentlich mit Steinen verwahren müssen. Ähm, egal. Darum machen wir jetzt einfach mal dem hier. Kurz. So. Ja, so. Äh, das kann da rein. Es, äh. Es wird schon wieder dunkel. Na super. Ja, dann wieder schlafen. Logisch. So. Jetzt muss ich mal was nachgucken. Ja, Rüstung. Ja, geht noch. Geht noch voll klar. Äh. Nein, nein, nein. Jetzt muss ich da rum. Ja. Ja. Ja, darum. Ja, richtig. Oh Gott. Jetzt bin ich unter dieser Plattform, unter dieser riesengroßen Plattform. Die wir gebaut haben hier. Und hier ist ja auch noch eine Mine. Also eine Höhle. Ähm. Ja, mal gucken, ne. Warum ich aber jetzt. Habe ich ja gerade richtig gehört? Nein. Nein. Ja. Nein. 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 Ha. Na cool. Ja, Sand. Genau. Deswegen bin ich eigentlich hier. Hauptsächlich hier. Das ist halt auch das Problem. In Feed the Beast kann man zum Beispiel aus Stein, wenn man das backt, kann man daraus, äh, kommt da immer ein Sandblock mit raus, ne. Das ist halt, äh, leider hier nicht der Fall. Das heißt, ich muss hier alles, ähm, ja, per Hand wegmachen. Also mir bleibt leider keine Möglichkeit, das anders hier wegzubekommen. Aber spielt auch keine Rolle so wirklich, ähm, weil, ganz kurz erklärt, ich will eigentlich nur hauptsächlich dem Sand dafür, dass, ähm, hä, warum hat das denn gerade so kurz ausgesetzt da, keine Ahnung. Ja, hier kann ich gar nichts abmachen, aber hier. Hier kann ich sehr, sehr viel sogar abbauen. Das ist sehr, sehr gut. Na, so nicht. Das ist sehr, 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 sehr. Das ist sehr, 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 sehr. Das ist sehr, sehr. Das ist sehr, 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 sehr. So, jetzt haben wir zwei Stacks voll. Äh, Plattform ist da, okay. Ja, mal sehen, ob das reicht. Ich denke nicht. Also, auf keinen Fall. Ich kann nochmal versuchen, dahinter zu gehen. Die Plattform, ah, die sieht man. Also, die ist... Ansonsten weiß ich, was ich eventuell mache. Würde ich hier den ganzen See auszuhöhlen. Hier zumindest. Na, jetzt aber. So. Ja, okay, hier ist so ein bisschen Sand, ne. Jetzt ist es so, dass wir hier keinen Sand mehr haben. Wir gehen aber jetzt erstmal wieder zurück. Was ist das? Okay. Ähm. Ja, war schon richtig. Hoff ich. Hoff ich. Huhn, 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 huhn. Dich brauche ich, du schönes Huhn. Ja. Hallo. 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 Naja, warte mal, war das hier jetzt lang? Spielt auch nicht wirklich eine Rolle, wir können auch hier hochgehen. Und da sind wir auch wieder. So, jetzt muss ich mal gucken, was ist mit dem Ofen. Der Ofen, der quatzt noch nicht, aber jetzt. Viel Kohle habe ich noch, ja, passt noch. Ja, tun wir mal 20 rein, würde ich sagen. In dem Ofen. Ja, 22 passt. So, ähm. Kommen die Waffen rein. Ups. Sie. So. Mal sehen, kann ich dir das jetzt geben? Ja, kann ich dir geben. Perfekt. Ich weiß nicht, aber wir hatten hier mal einen Fuchs gesehen. Hier war mal irgendwo ein Fuchs hier in dem Gebiet. Ich würde ihn gerne als Haustier halten. Wenn ich ehrlich bin. Ja. Kann ich dir auch Bären geben? Nö. Nee. Ähm. Okay, das ist schön am Braten. Also am, ähm. Ja, stellen. Dann gucken wir nochmal ganz kurz nach der Farm. Wie es da unten aussieht. No, nicht so begeisternd. Ja, wir müssen generell noch sehr, sehr viel bauen, ne. Ist, ist, ist ja klar. Ähm. Zum Beispiel Ställe brauchen wir noch, ne. Für Hühner, für Schweine, für Kühe. Ne. Dann müssen wir aber mal gucken. Okay. Schöne Landschaft hier. Was ich halt, wie gesagt, schade finde, was man halt auch, äh, machen kann. Äh, wenn man zum Beispiel Y drückt, ähm. Nenn ich Y, J, war das genau, J. Wenn man J drückt, dann, ähm, kannst du dir bei Feed the Beast zum Beispiel einen Wegpunkt setzen. Und den kannst du auch benennen. Zum Beispiel hier würde ich das Home nennen. Geht aber leider in normalen Minecraft nicht. Hier muss man leider mit Schilder arbeiten. Und das ist halt, dass es mich halt ein bisschen stört, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätten die eventuell hier einführen können. Ähm, ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn ich hier eventuell einen Shader verwende. Äh, damit die Landschaft schöner aussieht und so weiter. Das habe ich ja auch noch alles vor. Aber wann ich das mache, muss ich, wie gesagt, mal gucken. Ähm, ich bin da ein bisschen pingelig, was sowas angeht, bin ich ganz ehrlich. Weil ich nicht weiß, wo ich sowas herbekomme und so weiter und so fort. Und ich möchte halt auch nicht irgendeine 0815-Seite mit sowas runterladen. Sondern wirklich von einer legitimen Seite. Und ich kenne mich, wie gesagt, mit Minecraft absolut nicht aus. In Feed the Beast, da sind die, äh, da sind die, ähm, quasi mit drinne, diese Mod-Packs. Ähm, aber in, ähm, im normalen Minecraft leider nicht, leider nicht der Fall. Natürlich wäre es dann halt auch so, ne, ich würde dafür auch bezahlen, ist ja klar, ne. So ist es nicht, ne, wenn es, wenn man das sich anders machen kann. Ich habe davon, wie gesagt, keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Wir müssten offiziell, müssten wir mal ganz kurz, ähm, nach unten. So. Warum, warum treffe ich heute wieder nichts? Hm, keine Ahnung. Wie sieht's hier aus? Okay, jetzt noch Brot, das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Aber man merkt, ne, Mangelware ist da, ne. Man merkt es halt einfach, ne. Tonklumpen. Ja, lass mal, hau mal kurz hier. Ist ja alles keine Schande, so. Ja, und wo wir die Hühnerstelle und, äh, Hühnerstalle und so weiter einbauen und Kuhstall, alles drum und dran, muss ich mal gucken, weil das Problem ist, so eine Kuh nach hier oben zu bekommen, ist schwer. Ja, und hier oben ist halt auch nicht so viel Platz, es sei denn, ich reiße die ganzen Hütten hier ab, möchte ich aber ungerne machen, bin ich ganz ehrlich. Aber müssen wir auf jeden Fall mal gucken, so. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge brennen wir noch das restliche, ähm, ähm, Sand weg, damit das zu Glas wird. Und eventuell gucke ich mal nach Hühner oder nach, ja, Schweine oder nach Kühe für einen Hühner-, Schweine- oder Kühe-Stall. Ja, jetzt erst mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.